ja hallo zusammen willkommen zu meinem ersten video aber sagt die zx7r mein neues projekt und zwar schon bereits bei facebook angekündigt werde ich jetzt versuchen den den wiederaufbau beziehungsweise die wieder in betriebnahme des poppets hier in videoform festzuhalten ich hatte das ja damals bei meinem alten speckler vor auch in videoform zu machen aber irgendwie ist es nur bei fotos geblieben und somit mal gucken vielleicht klappt es diesmal mit videos ja was habe ich vor oder was was habe ich vor festzuhalten das ding ist jetzt habe ich gestern abgeholt in der nähe von von karlsruhe ist von der basis hoffentlich gut baujahr 98 beziehungsweise erst zulassung 98 zweite hand hat erst 18.000 und paar zerquetschte gelaufen eigentlich gut wenn man sich mal umschaut und sieht was was andere exemplare aus dem baujahr gelaufen haben da ist man hier so bei 50 60.000 km also 18.000 super das ding steht lange acht jahre jetzt und demzufolge auch ein paar stand schäden sicherlich zu verzeichnen vor der raddreh zum beispiel gar nicht es ist fest wahrscheinlich die bremse oder radlager weiß ich nicht mal gucken ansonsten ja dreckig eingesaugt eingestaubt steht aber so noch noch ganz okay da das heißt basis sollte gut sein wir werden sicherlich sehen denn wenn gleich mal die verkleidung runter kommt und dass man einmal unten drunter schaut was uns da erwartet aber prinzipiell hoffe ich dass das basis gutes bis auf den auspuff ist auch eigentlich alles unverbastelt ist das bei mir ganz wichtig dass ich eine solide basis habe also nicht irgendwie so eine bastelbude sondern originaler lack musste sein nach möglichkeit sturzbein unfallfrei ich habe gestern gesehen als ich die abruht habe dass hier so ein paar kleine lackstift reparaturen sind aber das ist jetzt nichts nichts gradierendes ja original sollte sie sein originaler lack sollte drauf sein originaler dekorsatz und sonst auch original blinker ist das ist eigentlich auch okay also als basis als ausgangssituation wie ist das überhaupt zustande gekommen oder warum tatsächlich mehr 20 jahre altes ding ich habe vor ein paar tagen bei facebook hat irgendwer r7 am jamaa r7 umbauer bzw alte renkarte gepostet und das war damals schon knaller so und als ich dann auch angefangen habe mit moped fahren so richtig mit moped fahren so 125er april jahrzeiten da war damals die zx 7r auch eigentlich richtig knaller moped hat mir gut gefallen und optisch war das in bombe natürlich kein lappen gehabt um das ding zu fahren und ja jetzt habe ich mir gedacht okay die r7 gesehen ist ein mensch das wäre doch ein gutes projekt so ein superbeut der 90er jahre aufzubauen auf dem mögliche seminar und hab mal geguckt was die dina kosten 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 gar nichts also die nachtzustand bei 1500 beginnt aufwärts aber auch nicht weit die zx 7 rr also mit einwand heck und anderen getriebe und so die liegt dann schon preislich etwas höher aber die zx 7r sind jetzt hier okay passt was planen wir oder was plan ich überhaupt zu machen also klar generell große inspektion bedeutet alle flüssigkeiten neu filter neu öl luftfilter bremsen komplett neu bedeutet die bremszangen einmal revidieren leitung 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 20 jahre alt werde ich auch neu machen sowohl vorne eins auch hinten als auch kupplung hydraulische kupplung also auch gegen stahl flex machen neue beläge neue kette schläuche muss ich gucken also sehe ich gleich wenn ich wenn ich den tank abgenommen habe was da ist ob da irgendwie auch pöröse schräuche schläuche unterm tank schlummern ja ansonsten reifen sind noch gut von profil aber eigentlich neuwertig aber auch von 2008 somit werden die auch neu gemacht und das soll es im ersten schritt gewesen sein so leute wie ihr sehen könnt ist einiges passiert ich habe jetzt alles soweit abgebaut die komplette verkleidung tank etc und jetzt machen wir noch mal einen rundgang dass ihr mal sehen könnt wie super das ding eigentlich aussieht ja unten drunter wirklich sehr gut eigentlich nichts was mir sorgen bereitet die bremszangen sind jetzt auch tatsächlich ursache gewesen dass das rad sich nicht drehen ließ das heißt die kolben sind wohl fest aber da ich die eh levitieren möchte ist es kein thema und ja ansonsten sieht es ganz gut aus schaut es euch selbst an so wir sehen hier die verkleidung alles ist soweit ab fänder ram air das heißt hier die kanäle breitenverkleidung und die front ja und das moped sieht soweit ganz brauchbar aus sicherlich die kette wie schon besprochen die wird wohl neu kommen auch wenn sie eigentlich nur dreckig ist aber ja motor wirklich gut also optisch kühler sieht echt fast neuwertig aus hammer mäßig das sind wahrscheinlich die übeltäter die bremszangen dass die kolben fest sind und das rad sich nicht drehen ließ aber hier nochmal der kühler wirklich tippitoppi nix dran gabel sieht gut aus trocken schön ja hier schaut euch mal die bremsflüssigkeit an hammer mäßig so noch nicht gesehen wahnsinn vergaser schläuche alles echt in ordnung also macht wirklich einen einen sehr guten sehr guten eindruck hier alles dicht schaut euch mal den motor an wirklich sehr sehr frisch alles noch ja wie ihr sehen könnt passt bin echt angetan basis für mich absolut ok man meines dinges 20 jahre alt das darf man nicht vergessen dafür steht die echt gut da und bis auf die ja vorhin angesprochenen mängel die mir jetzt aufgefallen sind super das heißt gleich die einkaufsliste schreiben und dann kann es weitergehen super bis bald 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 Vielen Dank.